Ja, hallo, jetzt stehe ich vor einem Produkt, was mir ganz besonders gefallen hat, und zwar von der Firma Klavs, eine Sauna, die heutzutage in jedem Wohnbereich, also in jeder kleinen Wohnung sogar Platz findet. Sie ist nur 60 Zentimeter tief und hat damit eine Tiefe von einem Schrank. Und das Schöne daran ist, man kann sie ausfahren. Das zeige ich euch jetzt mal. So, Spannungseffekt steigt. Ja, und somit hat man eine komplett vollständige Sauna und ich würde sagen, ich gehe jetzt mal ein bisschen Wellness machen. Tschüss. 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 Vielen Dank.